Musik Fuchs ist einer der weltweit führenden Hersteller von Industrie- und Kfz-Schmierstoffen. Fuchs bietet ein vollständiges Sortiment an Standard- und maßgeschneiderten Spezialschmierstoffen. Ein multinationaler Konzern, Fahrzeug- und Maschinenbau, mit mehreren tausend Beschäftigten, Stahlindustrie und Verkehrswesen, globaler Präsenz und Strategie, für Bergbau und Landwirtschaft, zugleich aber auch ein multifunktionales Team, Kosmetikindustrie und Haushalt, von Schmierstoffspezialisten und natürlich hochqualifizierte Beratungs- und Serviceleistungen. Ein Schmierstoff vermindert Reibung. Und der bessere Schmierstoff? Er reduziert Emissionen, weil er den Benzinverbrauch senkt, weil er die Lärmentwicklung verringert, weil er extrem verdampfungsarm arbeitet. Fuchs-MC-Hochleistungsöle für Motoren, Getriebe und Hydrauliken. Die Folge, die Reduzierung des Öl- und Kraftstoffverbrauchs, verlängerte Wechselintervalle und bei Dieselmotoren eine deutliche Reduzierung der Rußpartikel. Der Effekt, die Schonung der Umwelt und Kostensenkung. Der bessere Schmierstoff spart Energie, weil weniger Verschleiß entsteht, weil geringere Kräfte benötigt werden, weil eine optimale Kraftübertragung gewährleistet ist. Fuchs, Fette und Öle für die Industrie sind zugeschnitten auf die unterschiedlichsten Einsatzgebiete und Umgebungsbedingungen. Kälte, Wärme, Staub oder Feuchtigkeit – Gegebenheiten, die besondere Produkteigenschaften fordern. Für ein reibungsloses Zusammenspiel aller Komponenten. Der bessere Schmierstoff schont Ressourcen, weil er eine höhere Verfügbarkeit und verlängerte Wartungsintervalle erlaubt. Weil er größere Genauigkeit und gesteigerte Qualität ermöglicht. Weil er vor Korrosion schützt und die Kompatibilität im Gesamtprozess berücksichtigt. Mehr Schutz für Mensch und Umwelt. Nach dieser Devise hat Fuchs alle seine Metallbearbeitungsschmierstoffe umgestellt. Ohne Zusatz von Chlor, Zink oder Schwermetall. Fuchs ist kein Ölmulti, gebunden an eigene Rohstoffe und Mineralöle. Anwendungsspezifisch und zugeschnitten auf den Prozess beim Kunden, wird die Rezeptur für das bessere Öl, das richtige Fett, den optimalen Kühlschmierstoff, erforscht und entwickelt. Fuchs Petrolub, weltweit der Schmierstoffspezialist. Kompetenz in Hightech-Lösungen. Und mit unseren neuen, biologisch abbaubaren Hochleistungsschmierstoffen werden wir unseren Vorsprung weiter ausbauen. Great Barrier Reef, Australien. Einsatz biologisch schnell abbaubarer Schmierstoffe im touristischen Schiffsverkehr. Wissenschaftlich, technische und meeresbiologische Dokumentation der Auswirkungen umweltverträglicher Schmierstoffe auf das Ökosystem. Das Potenzial, das der bessere Schmierstoff bietet, ökologisch und wirtschaftlich, ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Die Zukunft, die der bessere Bio-Schmierstoff bietet, hat erst begonnen. Wir, die Schmierstoffspezialisten von Fuchs, bieten Ihnen unser Know-how und unsere Partnerschaft an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017